Ich koche bloß mit einem anderen. Ach so, ihr kocht privat. Aber da könnt ihr natürlich auch nichts servieren. Und vielleicht so noch Helfer kochen lassen. Wir kochen manchmal in einer richtigen Küche, bloß heute haben wir Paar. Ach. Ja, weil heute können wir nicht so zu. Na, weil ich weiß. Haben wir nicht so eine Platte, wo ihr euch draufsetzen könntet unten? Nein. Nee, braucht ihr nicht. Nee, nee. So habt ihr euch zu lange geschlafen? Nein, nicht so lange. Und nicht? Ich habe mich gefragt, als ich aufgewacht bin, wo ist denn sie? Habt ihr es vielleicht gesagt? Nein, wie das Zwiebel lesen. Nee, meinst du, du mit die? Ich hab gerne. Aha, warum sagst du das dann nicht? Die und der sagt mal rein. Moment. So. Oh, ja. Oh, ja. Das ist ja alles wie ein Schweinesteiger. Was macht der Reis mit der Küche hier? Was ist hier? Jetzt weiß ich nicht.